Das ist ein riesiger Arschloch! Anscheinend haben wir uns gerade den Siegbonus gesichert. Komm schon an aller Tag im Übrigen! Das war nett mit dir! Und tschüss! Halten Sie endlich mal die Klappe! Klappt jetzt! Klappt jetzt! Klappt jetzt! Klappt jetzt! Aha! Sauber! Hilf mir hoch, oder? Klappt jetzt! Klappt jetzt! Herzlich ja! Kunt guck! Klappt jetzt! Klappt jetzt! Krach! Der Wunsch, dann brauchen wir uns nicht so gut mit. Sorry, Kulo. Da liegst du. Das wurde getroffen. Du darfst dich in meinem Ruhm alles. Danke. Ich bin Jäger, und für euch ist Kassel. Alles nada. Ich hab ihn fertig gemacht. Mierde, die Mierde. Was? Es gibt noch mehr davon. Man hilft, so man kann. Und abwärmen. Friede es mit einem Nickerchen. Das hat dir schon wehgetan. Das hast du verdient. Hinsetzen, Arschloch! Ich brauche wirklich... Bring in Hilfe! Ja, Mist! Sehr gut! Herrberg! Ja, nein! Das ist nicht gerecht! Komm, komm! Etwas mehr gehen wir! Dem haben wir es gezeigt. Schick mir die Rechnung! Will noch jemand mein Freund sein? Es geht nicht ums Gewinnen oder Verlieren, es geht darum sein Bestes zu geben, und das kann ich so sagen, weil... Ich hab genug von dir! Hey! Dankeschön! Das ist eine Auszeit für dich! Nimm das! Fang das! Du nimmst auf! Kannst mir später danken! Das ist eine Auszeit für dich! Dankeschön! 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 Ich werde getroffen! Nachts getroffen! Ok, das teilen wir uns! Wird gut! Mühe geradezu! Wunder! Fick mir die Rechnung! Oh, habt ihr den Rassen? Es gibt noch mehr davon! Nass gemacht! Dem haben wir's gezeigt! Ich hab da was! Ich hab da was! Ich hab da was! Ich hab da was! Das könnt ihr den ganzen Schick machen! Oh Mann, ich hab dir ja Selbstangst! Ah, du wurdest von deiner Qual erlöst! Das geschieht direkt! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Sorry Kumpel! Ich helfe mit! Oh Mann! 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 Ich helfe mich klein auf! Jetzt stehst du nicht wieder auf. Das ist meine Vorlage, oder? Es geht nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Es geht darum, sein Bestes zu geben. Und das kann ich so sagen, weil... Naja, weil wir gewonnen haben.